Hallo und herzlich willkommen zurück zu Kingdom Hearts 3, dem dritten Part. Ja, meine Freunde sind meine Stärke, einer für alle, einer für alle. Ja, das kennen wir ja schon. Mein Internet spackt mal wieder rum, falls irgendeine Meldung kommt, nicht wundern. Ja, geht mir gerade auf den Sack. Einer der Gründe, warum ich das nicht streamen hätte ich jetzt gestreamt, hätte ich jetzt schon wieder keine Verbindung mehr. Ist doch zum Kotzen. Ich denke, das liegt echt hier an der Leitung im Haus. Das ist voll zum Kotzen. Wie reicht's mit der Wohnung hier? Was das Internet betrifft. So. Ja, genau. Ja, gehen wir mal Richtung... Aha, das... Ich hätte mal nach einer Cola zwischen meinen Beinen umgeschmissen. Naja. Ladezeiten, Ladezeiten, Lade, Lade, Ladezeiten, okay. Olymp. Ja, das Stoppen ist eine gute Idee. Okay, hier ist eine Menge Wasser. So, das ist schon mal wieder das ganze Zeug. Ich habe ein bisschen Geld ein. Was? Verdammt. So, friss, friss, friss. Oh, Piratenschrift, klar. Ja, genau, in die Richtung will ich. Hier noch irgendwo Gegner. Okay, scheinbar nicht. Tag, 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 tag. Hm. Vielleicht später. Äh, gut, Wand hoch. Wasserherselose, zum Kotzen. Ich habe keine... Ich habe keine... Was? Aua. Hochmagier-Trophäe halten. Keine Sache. Betäubungsschlag. Bam. Aber schön, wieder in der Rundschaft bleiben. Äh. Scheiß. Teleportierei hier. Alter. Sei froh, dass ich kein Eis habe. Raketen-Tanz. Ach, schöne Sache. Also, das mit der Schutzblase geht mir ein bisschen auf den Sender. Vielleicht rieche ich ja wieder ein Schiff. Rechte vielleicht da mitblatt machen. Ach, verflucht jetzt. Abwärts. Äh. Nein, hoch hier. Hoch. Bevor meine Aufnahme wieder verfliegt. Na, da sind sie ja. Ach, gut, gerettet. So, zweite Form. Zack, zack, zack. Was zum... Coole Sache. Also, das Spiel überrascht mich immer wieder mit neuen Sachen. Und ich finde es geil. Ich finde das so geil. Gehe ich jetzt mal hier hoch. Da komme ich hier scheinbar nicht hoch. Im Übrigen fällt mir auf, ich habe gar keine Karte mehr. Und da sind noch Herzlose. Sterbt. Ja, Mist. Viecher. Yes. Okay. War wohl scheinbar jetzt hier, die zu töten. Ja, okay. Wo ist die Truhe? Ich will die haben. Oh, da ist eine. Wasserknüpfel? Okay. Ist das vielleicht was zum Ausrüsten? Tatsache. Hm. Kann ich ja vielleicht an Donald weitergeben. Und Goofy kann das haben und das haben. Gut. Fertigkeiten, Sora. Okay. Wenn wir MPHs vielleicht haben. Euroblitz, Feuer, Alter, der hat ja noch alles. Ja. Im Gegensatz, so haben die Schammer nicht drunter gelitten hier, ihre Sachen verloren zu haben. Das kann ich nicht ausrüsten. Oh, er trotzkopf. Coole Sache. Und ich sehe, ich habe alle Vier bei mir. Also, äh, mich mitgezählt gerade. Ja, das heißt, ich muss mir das Team gar nicht wechseln mehr. So, hier bräuchte ich nur hochlaufen. Also, das ist definitiv das Playstation-Schlüsselschwert. Wenn man halt, dass sich schon genau ansieht, sieht man halt die Playstation-Tasten und so, die da rausfliegen und auf dem Schwert selbst. Also, ja. Hm, da unten hätte ich das auf die Art auch senken, die Truhe. Interessant. Hm. Ich schätze mal, da muss ich dann hoch am Ende. Oder war es da? Hm, das sieht aus wie so ein Eingang da hinten. Ja, gut, schauen wir mal hoch hier. Ah, Kiste. Und, äh, ich bin hier steilweg. Interessant. Zack. So, Äpfel halten. Schön. Ach, jetzt auch nochmal Geld. Und wieder herzlose Klatschen. Yay. Raketen-Tanz? Klar, gerne. Feuer frei. Okay. Zack, Zack, Zack. So, besser ist das alles ziemlich einfach. Wir machen keine großen Probleme, die Gegner. Aber, ich würde mich nicht drauf verlassen, dass es so bleibt. Aber ich finde, alles schön designt hier. Die ganze Grafik. Gefällt mir. Wo gehe ich denn jetzt lang? Ich glaube, ich gehe erstmal hier lang. Ach, du. Wow. Aua, was zum Geier. Au. So, zweite Form. Friss. Was? Scheißschock? Cool. Piratenschaft. Darauf habe ich dann gewartet. Attacke. Okay, machen wir jetzt mal richtig ordentlich Saft. Und hoffen wir, dass ich alle erwischt habe. Okay. Irgendwann nicht so. Jetzt habe ich aber alle. Hm, stimmt. Da ist doch echt gut viel. Aber, wie will ich denn hier hoch? Und im Übrigen, wie geht es im Ball? Ich weiß halt nicht, ist das jetzt der richtige Weg, wo ich hin will, oder? Eine Alternative. Ich will mich überall umgucken und nicht gleich zum Fluss rennen. Okay, Piratenschiff. Attacke. Sterbt. Okay, irgendwo sind noch Gegner anscheinend. Machen wir mal einfach einen Tantz. Vielleicht erwischen wir ja was. Hm. Okay, hier war ich schon mal noch nicht. So. Das habe ich wohl schon mal übersehen. Gut. Gut, ich gehe jetzt zurück, weil ich Angst habe, dass das der richtige Weg sein könnte. Okay, nochmal hoch. Ich habe nämlich gesehen, da war eine Truhe. Ich habe das eher gesehen. Ich versuche das besser hinzukriegen. Und nicht sehe, die Zeit zu verschwenden. So, rüber hier. Gucken, kriege ich das von hier aus hin, oder ist das zu weit weg? Ich würde mal darauf tippen. Komm. Na, verflucht. Schade, hat nicht geklappt. Hm, versuchen wir es mal anders. So. Gut, dann gehe ich mal hier hoch. Vielleicht klappt das ja von hier aus. Okay. Noch mehr Sachen kaputt machen. Okay, da ist eine Höhle. Da ist er um den Hintergrückgang. Verflucht. Noch mal hoch hier. So, zwölf Minuten nehme ich schon auf. Gut. Ungefähr. Keine genaue Zeit. Dann gab er. So, hoch hier. Okay, das macht nichts. Dann gehe ich mal hier durch. Was zum... Ich gehe alle herzlosen. Das Schirm ist aber unschön. Feurer... Zweite Form. Ich finde das cool. MPH ist geil. Däumungsschlag. Yay. Helden werfen. Cool. Okay. Zack. Was zum Geier bist du denn? Alter. Gefällt mir überhaupt nicht. Mist, wie. What the fuck? Der wächst. Okay, das scheint ein richtiger muss zu sein. Aus Sand. Komm schon. So, nochmal. So. Meine Fresse stimmt das viel schnell. Erreiche den Gipfel. War ich hier nicht schon mal? Komm, er vertraut vor, ja. Okay. Halt, Zeus. Kann leider nicht auf dein Schuss wettern, wie ich gehofft hätte. Mist. Gut. Dann würde ich sagen, falls möglich, gehe ich zurück, weil... Ja. Hier sieht es mir zu sehr nach Fortschritt aus. Hm. Nein, verflucht. Nein. So. Hier ist schon wieder so ein Mickey-Symbol. Ja, erwischt. Puh. Gerade so geschafft. Äh, und, okay. Sag nicht... Ah, verflucht. Hat mir die Mühe umsatz gemacht, ich hätte den anderen wegnehmen können. Klasse. What? Ey. Freie eXp. Irre Tassen. Okay, krass. Alter, ist das geil. Tassenwirbel. Finale. Okay. Gibt so scheinbar nicht. Krass. Das war mal klasse. Wow. Hm. Frage jetzt nur, wie komme ich da rüber? Wenn ich noch irgendwie darüber könnte. Puh. Ich frage mich doch glatt. Hm. Ne, ich glaube nicht. Gucke ich da rüber? Scheiße. Ach, wenn ich schon mal hier bin, kann ich das mal versuchen. Okay. Ich bin irgendwie hier auf dem... Okay. Okay. Hm Okay Sieht aber nicht so aus nach dem Ergebnis Das ich gerne hätte Schade Okay Man kann ja mal versuchen Dass es halt alles blind ist Dann ist das halt schwieriger Alles richtig zu machen So Dann gehe ich mal hier weiter Vielleicht bin ich an dem Weg Ich brauche mich nur, was ich mit dem Mickey zeichnen soll Überall Soll ich mir das sagen Er war mal hier Und hat überall sein Champion aufgedrückt Wie Darnabertag meine ich Tja, gut möglich Hm Das hat die Lichteffekte Bala So Ich sehe Hier war ich noch nicht Mal ganz ehrlich Was hat das mit den Figuren aussieht hier? Ich habe lange das Gefühl Ich soll die einsammeln Aber ich kann es nicht Kein Fläsch Hm Ist das das, was ich denke? Ja Gut möglich Und ich sehe da hinten schon wieder ein Mickey-Symbol Okay Hier vertrauen wir einfach mal den Mickey-Symbol folgendem War dem was? War dem was? Hm Boom Oh ist das geil So viele Attacken aktivieren Hier im Grunde Sollte ich doch jetzt hoch genug sein, oder? Riskieren oder nicht riskieren? Ich sammle aber erstmal die Äpfel hier Nein Nein, 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 nein Verflucht Verflucht, Mann Das hat mich komplett durch in der Nähe gebracht Scheiße Na gut Zumindest weiß ich jetzt, was ich machen muss Auch wenn das ein tierischer Fail war Warum er das jetzt gemacht hat Mit dem Stoß und einer Wendler hochlaufen Na egal, scheiß drauf Ich freue mich einfach darüber, dass ich nicht erst unten landen musste So Lauf, 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 lauf Ja, ich möchte es auch mit diesem Mickey-Symbol da auf sich hat Naja Hier rüber So, dann hier hoch Und die nächste hoch Dann wieder hier lang Oh, Moment Kaputt machen Wow, ich bin da rum So, was bedeutet das jetzt? Keine Ahnung, was das soll, aber Hm Okay, ich schaue mich mal um Unter Hoffnung, dass ich nicht runterfalle Okay Gut, dann bin ich jetzt runter zur Kiste So, meins Bronzeheizkette Ausrüsten Und kann das halt runtergehen Und kann das halt Der ist halt mehr auf Magie Ja, dann würde ich sagen Was ist es aber für diesen Part Ich mache hier Pause Auf die Zeit werde ich mal scheißen Weil Ja, ich habe noch was anderes zu tun Was sich leider nicht vermeiden lässt Dann tschüss, bis zum nächsten Mal Und auf Wiederferien Und ich freue mich schon, wie es weitergeht Und ich freue mich schon, wie es weitergeht